Donnerloch. So werden die plötzlich entstehenden Löcher in Wiesen und Wäldern genannt, weil sie hauptsächlich während oder nach donnernden Gewittern und starkem Regen einsacken. Im Großen und Ganzen handelt es sich dabei um Hohlräume im Boden, die oben mit einer kleinen Öffnung, einer Art Kamin versehen sind. Bei Regen wird der mit Erde verschlossene Pfropfen freigespült und bricht ein. In den vergangenen Jahrzehnten wurden in der Gemeinde Kienberg über 100 solcher Donnerlöcher registriert. Herbert Schiebel befasst sich seit zehn Jahren mit den Donnerlöchern in der Gemeinde. Eines wie dieses hat er aber noch nie zuvor gesehen. Vor allen Dingen das Röhrenartige, so wie ein richtiger Tunnel geht es da runter und das ist also schon einmalig so, was haben wir ein bisschen richtig entdeckt. Bisher war eben nur so, dass eine Röhre da war, vielleicht von zwei Metern Maximum oder auch mal zwei Meter fünfzig und darunter war zu und die kreisrunde Öffnung oben. So zeigen sich die Löcher meistens. Wobei da Durchmesser von zehn Metern dabei waren, die so abgebrochen sind. 112 Donnerlöcher sind im Kienberger Gemeindegebiet verzeichnet, meist nur wenige Meter tief. Deshalb hat man bis vor kurzem diese natürlichen Geschehnisse hingenommen. Bei einem sechs bis acht Meter tiefen Loch im Wald besteht aber durchaus große Verletzungsgefahr. Im Wald draußen ist unwahrscheinlich, dass man das hört und das wäre sicher dramatischer. Vorgang dann. Und da müsste rein zufällig jemand in der Nähe sein, der das dann vielleicht hören könnte. Es war mir einfach zu gefährlich. Darum habe ich eben Polizei und Feuerwehr eingeschaltet, um die Sicherheit herzustellen, dass da nichts passiert. Verletzte hat es im Zusammenhang mit den Donnerlöchern bisher nicht gegeben. Lediglich landwirtschaftliche Maschinen sind in den Gruben versunken und haben Schaden genommen. Um die in der Vergangenheit entstandenen Löcher zu registrieren wurden die Kienberger Landwirte befragt. Früher sind die Fuhrwerke mitsamt dem Pferd eingebrochen oder später ist es mit Traktoren. Mähdrescher sind schon eingefallen, also es ist schon einiges passiert in der Richtung. Wobei sicher nicht immer gleich was kaputt geht, aber es war Mühe die jeweiligen Fahrzeuge wieder aus dem Loch rauszuheben, je nachdem wie groß das Loch war. In den kommenden Tagen und Wochen werden Wissenschaftler das Loch im Wald untersuchen, um den Ursprung dieses Donnerlochs genauer erklären zu können.